Yo Leute, es geht hier wieder mit einem neuen Video und heute mal wieder zu einem sehr besonderen Video, denn ihr könnt es vielleicht nicht bei mir sehen, dass es gute Mädchen, müsst ihr immer fangen von einem letzten Video, die Dita Alexa ist wieder am Start. Ich weiß nicht, was es wird. Ich bin die gute Alexa, hat auf jeden Fall nochmal besuchen gegangen, denn sie hat sich ja gewünscht, dass ich nochmal zu ihr komme, deswegen dachte ich mir heute, solange ich noch Urlaub habe, gehe ich sie doch nochmal besuchen und beim letzten Mal habt ihr ja ein Video mit ihr gesehen, wo ich mich völlig bedeppert beim Longboarden angestellt habe. Hier nochmal ein kurzer Ausschnitt. Okay, jetzt leg es mal hin. Du stehst immer ein bisschen zu weit vorne. Naja, das soll schon noch ganz bleiben. Und da habe ich mich nicht schon mal so bedeppert anstellen, wie beim letzten Mal, ich dachte mir, wir haben heute mal was anderes vor uns. Was machen wir heute? Kletter. Besser gesagt, Bouldern, denn da wollen alle in Kauf gehen. Ganz richtig. Also persönlich war ich noch nie Bouldern und ich war auch noch immer bisher klettern. Ist auch was ganz Neues für mich und ich merke aber schon, dass es total bescheuert wird. Aber lassen wir mal schauen, was uns auf uns zukommt, Freunde. Und jetzt, let's go. Oh, wer ist jetzt? Hey. Sag ihm hi. Hi. Kenn ich noch gar nicht. Du kennst noch gar nicht. 15 und hübsch. Spass. Den Schloss, wie. Stopp. Das kommt auf jeden Fall rein. Nee, du schneidest. Das kommt auf jeden Fall rein. Aber du musst auch sein. Nee, du scheiße. Danke. Danke. So,nelin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020